Eine Verfassung eines Landes gerichtete Organisationen, das hat es vorher nie gegeben. Und insofern ist das für Deutschland natürlich ein Riesenschritt und überhaupt weltweit für die Auseinandersetzung um Scientology ein Riesenschritt gewesen. Diese Entscheidung 97 und natürlich für Scientology damit das Signal, jetzt ist in Deutschland Land unter, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir den Laden wieder in den Griff kriegen. Deshalb stellt sich Scientology damals in Anzeigen als Opfer dar. Zieht Parallelen zur Situation der Juden in Nazi-Deutschland. In den Mitgliederzeitungen wird Kritik an Scientology als Regierungspropaganda oder als Endlösung bezeichnet. Totalitäres Vokabular, mit dem sich auch Gegner beschimpfen lassen müssen, wie die Sektenbeauftragte der Stadt Hamburg Ursula Kaberta bei ihrer Ankunft in Amerika im Jahr 2000 gefilmt von Bekannten. Die Vergleiche werden immer wieder gezogen und die einzelnen Mitglieder kriegen das auch verinnerlicht. Sie leben also in einem, werden also verfolgt und leben noch immer in Nazi-Deutschland und damit in Nazi-Europa. Der Kampf um die Anerkennung ihrer Lehre ist Programm und Teil der Strategie von Scientology, um Geld und neue Mitglieder zu bekommen. In Berlin sucht Scientology gleichzeitig Verbündete, knüpft Kontakte zu den unterschiedlichsten Gruppen im Inland. Empfängt aber auch viele ausländische Gäste, wie uns Alex erzählt, der als erster Ex-Scientologe über ausländische Besucher in der Berliner Zentrale spricht. Wir haben diese Leute rumgeführt und versucht zu zeigen, wie gut Scientology ist und gehofft, dass sie dadurch gute PR bekommen. Das heißt, sie versuchen meiner Meinung nach nicht nur direkt die Regierung zu beeinflussen, sondern auch durch andere Nationen, ganz besonders europäische Nationen. Schlüsselfiguren aber bleiben vor allem Politiker. Beharrlich besucht die Scientology-Führung öffentliche Veranstaltungen, hier während einer Pressekonferenz des Berliner Verfassungsschutzausschusses. Politiker erhalten unaufgefordert Informationsmaterial oder sie bekommen direkt Besuch. Stets höflich und werbend, manchmal auch ohne Ankündigung. Am Anfang standen sie natürlich hier auch vor den Türen, auch zu Zeiten, wo man eigentlich keinen Publikumsverkehr mehr erwartet. Und haben natürlich immer versucht, auf die nette Art sich beliebt zu machen. Und wir haben dann aber sehr schnell und auch im Bezirksamt und auch in der Bezirksverordnetenversammlung ganz klar gesagt, sie sind hier nicht willkommen. Der Stadtrat ist für den Bezirk zuständig, in dem die Scientology-Zentrale liegt. Im Februar diesen Jahres will er vor dem verstärkten Engagement der Organisation warnen, lässt eine Plakatsäule aufstellen. Doch Scientology klagt und gewinnt. Die Säule muss vorerst wieder verschwinden. Stadtrat Schulte legt Berufung ein. Ein halbes Jahr später dann meldet sich die amerikanische Botschaft bei Schulte, will mit ihm über die Warnsäule reden. Wir sind da natürlich ganz freundlich in das Gespräch mit den amerikanischen Vertretern der amerikanischen Botschaft gegangen und haben klar gesagt, dass wir hier natürlich der Organisation die Grenzen setzen, die unsere Gesetze zulassen, weil wir darin schon eine Gefahr sehen. Das wurde von den Vertretern der Botschaft zur Kenntnis genommen und natürlich auch noch dann hingewiesen, dass wir natürlich dann wahrscheinlich in den nächsten Menschenrechtsbericht auftauchen werden. Was für ein Gefühl haben Sie dabei? Es war schon ein sonderbares Gefühl, wenn man tatsächlich als überzeugter Demokrat so etwas vorgehalten bekommt. Schultes Warnsäule nun wohl Teil des Menschenrechtsberichts der USA und ein Paradebeispiel für die Scientology-Strategie, die Gründer L. Ron Hubbard festlegte. Ständigen Druck auf Regierungen ausüben, um Gesetzgebung pro Scientology zu schaffen und um Anti-Scientology-Gesetzgebung von Gruppen zu verhindern. Auf der Weltbühne nutzt Scientology dafür die Bekanntheit ihrer Celebrities, berühmter Stars. In Washington treffen 1997 die Schauspieler John Travolta, Ann Archer und Musiker Isaac Hayes im Namen der Organisation US-Senatoren und Abgeordnete prangern die angebliche Unterdrückung von Scientologen in Deutschland an. Im Mai 2003 schreibt Tom Cruise an den damaligen stellvertretenden US-Außenminister, Angehörige seiner Religion würden in Deutschland diskriminiert. Cruise bittet um ein Gespräch und erklärt, dass er sich auch persönlich einsetzen wolle. Schließlich muss ich im Januar nach Europa reisen, um für meinen nächsten Film zu werben. Und ich beabsichtige erneut mit unseren Botschaftern in Frankreich, Deutschland zusammenzutreffen und Druck auf diese Nationen auszuüben. Ein Jahr später, im September 2004, empfängt Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wovereit den berühmtesten Scientologen der Welt. Für diese Reise in das Land der Intoleranz, wie es intern heißt, wird Cruise später von Scientology gefeiert und ausgezeichnet. 2004 erhält Cruise für seine Publicity-Einsätze die Scientology-Freiheitsmedaille. Mission erfüllt. Dank von Freund und Scientology-Führer David Miskevich. Ein weiterer Publicity erfolgt 2007. Cruise erfährt eine besondere Ehrung. Er erhält einen Spezial-Bambi, überreicht vom Mitherausgeber der FAZ, Frank Schirrmacher. Der Bambi-Preis für Cruise wird heftig diskutiert. Für den Schauspieler aber ist es ein erfolgreicher Schlusspunkt. In der kontrovers geführten Debatte um seine Rolle als Hitler-Attentäter, Graf von Stauffenberg. Scientologen feiern Cruise überschwänglich. Das erzählt uns Alex, der damals noch in der Berliner Zentrale ist. Ach ja, der Bambi. Wir haben alle gejubelt, als wir das Video gesehen haben und Tom Cruise Dankesrede hörten. Er ist eine sehr wichtige Figur in Scientology und was er für Scientology tut, ist einfach sehr gute PR. Dafür preist Scientology Cruise in Mitgliederzeitungen. Die Organisation weiß um den Wert ihrer Prominenten, hegt sie im eigenen Celebrity Center in Hollywood. Hier scheint die Welt von Scientology glamourös und exklusiv. Kaum etwas trübt das Bild. Die Prominenten sollen sich wohlfühlen. Schließlich braucht die Organisation sie nicht nur als Aushängeschild. Tom Cruise und andere spenden jährlich Millionen. Die Strategie dahinter hielt Harbert 1955 im Project Celebrity fest, erklärt die Stars zum begehrten Scientology-Fang. Diese Prominenten sind eine gut geschützte, abgeschottete, überarbeitete, scheue Beute. Wer einen zu uns bringt, bekommt eine kleine Plakette als Belohnung. Jason B.G. hat den Umgang von Scientology mit den Celebrities erlebt. Er ist der bisher einzige prominente Ex-Scientologe, der Schauspieler kein Superstar. B.G. spielte bisher eher Nebenrollen, trat unter anderem in der erfolgreichen Fernsehserie CSI auf. Doch Jason B.G. besuchte regelmäßig den exklusiven Scientology-Prominenten-Club, in dem sie die Stars auf besondere Art an die Organisation binden. Etwas, was sie bei den Stars tun, um sie zu kontrollieren, ist das sogenannte Love-Bombing. Das heißt, sie sagen zu denen, oh, du bist so toll, wir lieben dich und behandeln dich gut. Egal, was für ein Problem du hast, wir kümmern uns um dich. Es liegt eben in ihrem Interesse, dass diese Leute happy sind, denn sie benutzen die Celebrities auch, damit sie vor anderen in Scientology sprechen, so in der Art, hey, schaut, ich bin hier, Scientology ist super, macht euren nächsten Kurs. Durch die Kurse soll der Scientologe die sogenannte Brücke zur Freiheit erklimmen, findet auf dem Weg, so das Versprechen, Glück und Erfolg. Hubbard ging davon aus, dass dies gerade auch sensible Prominente lockt. Je höher ein Scientologe aufsteigt, umso mehr kosten die Kurse. Parallel gibt es eine Art Gesprächstherapie, Auditing genannt, freundlich präsentiert im Werbevideo. Hier sollen negative Emotionen aufgestöbert werden, dazu stellt ein sogenannter Auditor Fragen. Sein Gegenüber hält dabei einen E-Meter, eine Art Lügendetektor, in den Händen. Laut Scientology führt Auditing zu höheren Bewusstseinsstufen. Im Grunde genommen ist der Auditor, also der Geistliche, derjenige, der sie betreut, hilft ihnen, entweder Momente körperlichen oder seelischen Schmerzes aufzuarbeiten, aber er konzentriert sich unter Umständen auch darauf, ihre Fähigkeiten als geistiges Wesen zu verbessern. Bruce Hines war so ein Auditor bis seit 2001 Ausstieg. Er betreute unter anderem Prominente wie Nicole Kidman und Christy Alley. Im Auditing, so sieht er es heute, werden Scientologen entmenschlicht. Im Auditing musst du alles aus deinem Leben offenbaren, alle deine Beziehungen und andere intime Dinge. Gleichzeitig lernst du, wie du idealerweise sein solltest und dass die schlechten Dinge in dir eine bestimmte Quelle haben. Das nennen die Scientologen realistisch.